Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Nimm hier noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, wegen der Februarkälte schlagen in meinem Herzen ja zwei Brüste. Das geht umgekehrt. Kälte Februar? Ich steh's auf. Jedenfalls werd ich jetzt endlich mal die ganzen verstaubten Eiskratzer los und ich muss die Türschloss-Ent-Eiser-Fläschchen nicht wie letztes Jahr umetikettieren in Underberg. Bitte? Einmal die Vier und einen Underberg. Dauert aber ein paar Minuten. Ist was? Momentchen mal bitte. Stefan, dieser Käpt'n Iglu von FFH. Ja? Martin Wettergut. Ach, der FFH-Tau-Pilot. Genau. Was meinten wir immer mit gefühlter Kälte? Also bei einer tatsächlichen Temperatur von minus 5 Grad Celsius und einer Windgeschwindigkeit von 20 kmh beträgt die gefühlte Kälte wegen dem Wind etwa minus 12 Grad. Klugscheißern haben wir ja früher immer in der Schule eine Ladung Schnee in die Kapuze geschaufelt. Ja und? Das war dann die gefüllte Kälte. Sehr nett. Nett? Bei Anke hilft doch nur kühlen Kopf bewahren. Die Frau macht 63 Euro, sammeln sie Gefrierpunkte, haben sie eine Bofrost-Card oder sind sie im Kickers Ofenbach-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.